So, das Ding läuft. Ja, Stuntways Party 46 gerade veröffentlicht. Kleine Jumps, wir geben Gas. Ja, und zwar mit Topsy, mit Mille, mit Marcy, mit Kellerlinne, mit Frau Brülli, mit eurem DJ Brülli. RPM Remix Party Music, der beste Musikkanal, den es gibt hier. Er wächst und wächst, dafür sage ich nochmal Dankeschön. So, Hardstyle rein, alles was geht in dem Mix, Intro, go und dann geht's ab. Oh, wir starten auch hier. Über uns ist schon eine Fahrbahn, das ist nicht gut. So, Party People, are you ready? Das geht wieder ab, Herr, und bitte nicht wegschieben. Ihr habt Platz genug, überholt mich einfach, und tut, was ihr sonst nicht könnt. Das gibt einen geilen Jump hier, mit allem anderen in dem Mix. Wuhu. Wow. Ich bin ein Kofferlos. Wow, der Tobi, Kickstart, Party People. Ich kann nur sagen, die nächsten Rennen hier, die werden nicht mehr so einfach für die anderen. Ich merke das schon, die fahren eben in Viererreihe vor mir. Ich komm gar nicht drauf vorbei. Wann ist hier mit euch? Oh, der hat ein... Wickel, Wickeleitplank. Jetzt hab ich links Platz und zieh nach vorne, jawoll. So ist das schön, so ist das schön. Das ist nicht schön. Nee, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Hallo? Hallo? Uiuiuiuiuiuiui. Ich hab aber gut gebremst, das Brüllmücke. Boah, der wird ja wieder. Immer wieder rechts, das vorbei. Kleine, wo geht ihr jetzt hin? Das geht noch höher. Ich krieg da Angst. Jawoll, Schatz, hast du gut gemacht. Das ist kein Falsch, nehm ich. Und trotzdem bist du ja noch neben mir. Boah, das geht nach unten. Und da wird eng, da wird eng, da wird eng. Ich will nach vorne. Ich will als erster durch. Tobi! Uiuiuiuiui. Wouuuhuuu. Leg mich runter, ne Muschi, Digga. Wuuuh, der hat mal wieder knapp in der Platte vor mir. Jo. Das ist doch wieder der dreiste Chaos, auch mal stand noch veröffentlicht. Das soll das eigentliche für den Support Ende sein. Jetzt macht die Frau den Mille und zieht auch rechts ab hier vorbei und fällt links vor der Bahn. Ich geh kaputt hier, was geht hier, was ist hier los? Junge, da zieh ich noch mal dran vorbei. Und wir sind wieder im Kanal Grande hier. Ich muss ein bisschen Wohlrein fahren. Ich liebe Wohlrein. Oh, links, rechts, auch Steiner von mir. Oh, in dem Mixed Party, people. Ich muss den Gang runterschalten. Oh, wo bin ich denn jetzt? Wir sind wieder Hafengerampe hier. Hafengerampe! Wuhu! Nee, das dauert ein bisschen. Ist er weg? Nee, doch nicht. Ich dachte, du bist weg, deswegen sagst du Tschüss. Was? Ja, äh, hier. Äh, was? Außer, ob du runterfliegst. Scheiße! Ich und runterfallen. Ich bin der Einzige, der da fahren kann doch. Was hat das denn? Was hat das denn? Röpgelenkt. Du Wichser, Alter! Du kannst ja gar nichts! Dann das kriegst du wieder. Dann spüre ich dir. Ja, wenn er genau so gut hinkriegt, dann habe ich nichts dagegen. Ah! Ah! Ne, warte mal! Scheiße! Wo lang denn? Oh! Boah! Das ist ja... Komplettverführung hier, ey! Gut, dass hier nicht so viele vorne sind, aber hinter uns kommen schon wieder drei Stück. Kannst mal ein bisschen schneller fahren. Oh, ich muss da rüber! Einmal runter schalten wieder. Ja! Besser ist das! Einmal dahin gucken, da kommen zwei, da kommen zwei! Das ist nicht schön! Boah! 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 Ja! Haha! Geil Aber Oooh... Ooooooh.... Die frau hat mich übersprungen und ich hab' die Keelheit durch! Ich bin zwischen die Partylait! Ja1829-Ups, was sand ist nicht sorgf. Boah! 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 Schöne Pfeile, die einem zeigen, wo man links lang fahren muss! Ja! Oh oh! Alter, warum hab ich hier durchgebaut Wow, nein Nicht runterfallen, nicht runterfallen Und weiter Hast du ja nochmal Glück gehabt Eigentlich war ich ja erster Ich hab die Frau übersprungen, aber der hat mich weggeschoben Ihr hättet ja mal bremsen können Aber die mag mich ja nicht im Rennen Die mag mich nur als Ehemann Nein, nein, nein HSB-Krieger aktiviert uns Brülli, kommt wieder Scheiße Was ist das für eine Kurve hier? 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 Gemacht Ja Oh, scharfe Kurve Oh, das geht auf die Autobahn und heißt, wir können Bier trinken Ja, kann ich grad schlecht Ich hab nur Hundefelten bei mir auf dem Schoß gegen der Fan Was ist das für eine Kurve hier? Boah Oh, da kommt die Frau wieder Oh, ich glaub, da gibt es eine scharfe Kurve Oder? Ah, geht, 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 geht Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern hier Auf jeden Fall sind wir dann wieder im Windpark hier Und ich glaub, da kommt die nächste Kurve Das war ja gemein Mach mal den Bille Ja Da war ein Turbo Oh, die Frau macht auch den Bille Das gibt es doch nicht Ich weißte, links 50 Meter Platz und da wo nur ein halb Meter ist Dann ziehst du rechts da los vorbei Ich meine Hupe gehen immer Jemand stimmt, wenn mir mein Controller nicht ist Jetzt ist der Marci auch wieder da Guck's dich dann an Ihr wisst ja, was das heißt Ich kann mich alle mal Marsch lenken Ich geh mal auf den ersten Wow Wow Wuhu, da macht doch hier mal Kickstart Eben im Mix Ja, hier war ich doch schon Hier waren wir schon Ich kann das auch mal so leichter Ah, das geht wieder so eng hier Das ist scheiße, ist das Oh, hier, hier, hier Ja, scheiße, aber nicht zu dritt Zupieren eigentlich, die Frau ist auch noch hier Alter Ich bremse jetzt mal ab Weil die Kurve, die wird mir zu eng für vier Leute Guck mal links drüber hier Weil recht steht ihr im Bäumchen Alter Ob ich da durchkomme, ob ich da durchkomme Ja Ja, ich versuch hier irgendwie, das ist ganz schön eng hier vorne gerade, aber ich geh mal in Führung gerade Oh, da kommt ein Tor, da kommt ein Tor, ich muss da unten, ich muss da unten Ja, lalalala Oh, jetzt geht er gleich wieder in den engen Eisenbahn-Junnel Ich bremse ab Falt ihr mir alle vor Haut euch gegeneinander weg Und lasst mich Marci Gebt Gas Der Mille weiß gerne über der Inde Ja, da warst du zu langsam Da muss man eigentlich die Gas durchdrücken Oh, ja, Kurverkacke Boah, da war das komische Kurve Wenn man da Speed hat, dann sollte man, wenn man erster ist oder so, sollte man Speed durchdrücken Das war scheiße Ich bin wieder Fünfter Aber ich bin nicht weit weg, dann ist gut Und jetzt werde ich auch nicht mehr abgebremst hier, jetzt kann ich wieder Vollspeed durchbauen, ey, was das Zeug hält Wuhu Und vielleicht gleich sogar noch irgendwo einen trinken Äh, Moment mal, sind wir Ah, nicht fahr Ein Pöckel Einverfickter Scheißpöckel Ich bin ja auch gefahren, sondern da fahr ich gegen Äh Bist du falsch gefahren? Nein Ich hab den Checkpoint gesehen Nein, nein Alter, was ist denn da für ab mir? Ich bin gegen einsam Scheißpöckel gefahren Oh, hier kann man noch einen trinken, das ist schön Es war klar, dass ich dich nicht halten kann Liebe hat sich den Starken bewählt Verloren, wenn man's nicht daran zählt Ja, ist wieder ein einfaches Stunt werden Trace, weil der Brülle hier gebaut hat Weil ich muss ehrlich zugeben, langsam gehen wir auf die Ideen hier aus Was ist das? Wer ist das? Ich konnte links rücken Marlen Aber ich versuch mein Bestes hier Immer wieder neue Stuntrace zu bauen Da kann ich geheißen Nää Wer auf mich auf mich draufkommt, äh Oh, ne Flughafen, Radarantenne Ja, das sieht ja geil aus hier Oh, hier ist Rückblick Wow, Gras Ja, das Akkuwerk Ja Aber geil, ne? Mach was anderes Ja Ich seh aber gerade vier da vor mir Ich trau mich gar nicht schneller zu fahren und zu überholen Guck noch Was guck noch? Nee Nee Ich will nicht Keine Ich hab keine Ahnung отлич Es ist nicht gut, dass du da, ach so Du bist halt doch wieder da Ja Natürlich Ich bin auf dem Kopf. Er kann ja fahren. Kannst du auch fliegen? Das auch. Ich kann mich auch fahrfliegen. Jawoll, ich hab die Innenbahn und ich bin. Kann ich aber nicht. Hey, was warst du? Oh, die Killer Lady! Boah, ich hab meine Kirre nur unter Kontrolle abgefangen, jawoll. Ich bin auch da, ich bin auch da. Team Arlene hat's versucht, sie wollte den Brülli killen. Sie wollte den Brülli Killer machen, hat's aber leider nicht geschafft. Da muss ich mal die Führung übernehmen jetzt. Mille, du Fotze! Mille! Oh, Mille! Ich hab dich wieder rettet. Doch, 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 doch! Du hast mich getroffen! Nein! Ich war vorne, die Dinger! Wolltest du mich verarschen? Ich war auf dem Ersten! Du hast mich weggeschaut! Ich hab dich wieder richtig gedreht. Es war alles für mich. Nein! Mille! Ich war Erster! Und du kamst von hinten! Ich hab mich wieder richtig gedreht! Ja! Der Tobi hat mich so ein bisschen gerettet! Oh, hier war ich aber heute auch schon mal! So, und jetzt kommt der HSV Tumoflight hier! Der Marci einfach so links an der Bauer stehen gebläht! Geil! Aber den hören wir gar nicht mehr! Schade! Ja! Schön macht ihr das! Berlin! Och, ne! Ernsthaft! Die hat mich auch weggedrängt! Nein! Ich komm nicht drüber! Ich bin schon die ganze Zeit auf dem Seitenstreifen gefahren und dann drängt die mich noch weg! Die hat wenigstens 15 Meter Platz gehabt! Ich bin jetzt da! Soll ich jetzt drüber? Junge! 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 Soll ich was dich aufholen! Das ist jetzt nicht drüber! Ah, ich bin schon wieder vorne! Irgendwie! Das schaub ich locker hier! Rechtsbrand vorbei! Hab ich vom Mille gelernt! Wow! Nein! Falsch! Alle falsch! Leg mich fit am 4. jetzt hier! Kann doch wohl nicht sein! Ich war auf dem ersten! Ich geh kaputt! Ich bin da voll in die Verwirrung her! Irgendjemand hat nicht aufgepasst und ich bin hinterher gefahren! Dann kommt in die Verwirrung her! Dann kommt in die Verwirrung her! Du wirst schon mal richtig aufhören! Nein, nein, guck da nicht hin, ich bin da nicht gegen gefahren, nein, doch, hab ich gesehen, die Kamera ging genau auf dich, oh, die Marleen hat's gemacht, die Marleen hat's gemacht, ich saß da dabei, höchstens ein Zehntel, was hab ich gesagt, ein Zehntel Auseinander mit Marse, ja. Die Marleen, Killer Lady, Platz Nummer 1 gesiegt, ja, DJ Brülli zweiter, Marse, dritter Platz gewonnen, so, der Rest war mit dabei, ja, das war wieder ein herrlicher, schöner Sonntag, in 5 Tagen sehen wir uns am Freitag wieder bei Kleine Jams, ja, dann machst du gut, dann haust du Rinn, ja, bis dahin, danke schön, und auf Brülli sehen, eure Party People und Outro. Untertitelung des ZDF, 2020